Als großes internationales Bauunternehmen kann die Bohr auf mehr als 140 Jahre Erfahrung in Planung, Entwicklung und Ausführung bauen. So war und ist sie an der Errichtung vieler bedeutender Bauwerke und Projekte im In- und Ausland beteiligt. Bohr ist auf alle Fälle ein Industrieunternehmen, das europaweit tätig ist, insbesondere mit unserem Heimmarkt Österreich, Deutschland und Schweiz im deutschsprachigen Raum, aber auch sehr stark unterwegs in Polen und Tschechien und unserem Wachstumsmarkt in Katar. Und in Summe beschäftigen wir in etwa 13.000 Mitarbeiter, auf die wir sehr stolz sind. Bei POR weiß man aber auch, um erfolgreich zu sein, ist das äußere Erscheinungsbild ein sehr wichtiger Faktor. So war es von höchster Zeit am Standort Kapfenberg ein neues Bürogebäude zu errichten. Aber noch ein Umstand hat dazu beigetragen, hier zu investieren. Ja, das kann man wirklich so bezeichnen. Wir haben zwei Standorte zusammengelegt. Ich komme aus der Alpine und Bruck und Bork-Hapfenberg wurde somit eine Einheit. Und damit ist das für uns ein toller Tag, weil wir doch kürzere Wege haben in der Kommunikation. Und wir den Markt in der Obersteiermark, Mur und Mürztal, dadurch viel, viel besser bearbeiten können. Wir haben ungefähr 50 bis 60 Leute, gewerbliches Personal und zehn Angestellte und arbeiten in erster Linie für die Industrie. Dadurch ist für uns dieser Standort wirklich ein toller Standort, weil wir wirklich etliches an Arbeit vor der Haustüre haben und den Kunden natürlich sehr, sehr gut durch die Nähe der Wege betreuen können. Sie haben dieses Projekt geplant. Welche Vorgaben mussten erfüllt werden? Ganz wichtig war viel Transparenz, viel Glas, helle Räume, große Fensterflächen, um einfach ein offenes Raumgefüge zu erhalten und das Arbeitskimmer auch dementsprechend offen gestalten zu können. Ja, das ist für uns wirklich eine tolle Sache. Es ist wirklich sehr transparent. Die Kommunikation funktioniert toll. Also wir haben Kaffee-Corner, wo wir unsere Probleme besprechen können und es ist wirklich ein sehr offenes Büro und nachdem wir schon drei Monate hierin arbeiten, kann man das sagen, es läuft wirklich toll. Auch für die Stadt Kapfenberg ist dieser Standort der Firma Bohr von großer Bedeutung. Ich freue mich, dass die Firma Bohr jetzt hier dieses neue Gebäude eröffnet, aber vor allem freut es mich, dass Bohr und Albine zusammengekommen sind und jetzt da alles Bohrianer quasi hier von hier aus ihren Standort haben. Das ist der zweite Standort in der Steiermark neben Unterbremsstädten, hier in der Obersteiermark in der Stadt Kapfenberg mit zusätzlichen 60 Arbeitskräften. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung gewesen, auch für die Stadt. Es passt genau zu unserem Konzept. Die Firma Bohr hat gesagt, der Geschäftsführer, sie geben sich gerade eine neue Kultur. Aber ich habe gesagt, wir sind mittendrin in unserer Stadt, eine neue Kultur zu geben. Und zwar insofern, dass wir uns ein neues Logo gegeben haben und mit dem Projekt Guten Morgen Kapfenberg, unsere Stadt will schöner werden. Natürlich sowohl in der Innenwirkung für die Menschen der Stadt, aber auch in der Außenwirkung ein neues Zeichen setzen möchten. Daher ist es durchaus berechtigt, wenn Bohr sagt, bei uns hat Zukunft Tradition.